Hallo Felix! Na, musst du heute gar nicht arbeiten? Aber ich arbeite doch. Ich fahr Mountainbike. Das ist doch keine Arbeit. Für mich schon. Ich bin Sportstudent. Und bei dir alles fit? Ja, der perfekte Start ins Wochenende. Apropos Wochenende. Hast du heute Nachmittag schon was vor? Ich muss mit Ella Englisch lernen. Sie schreibt nächste Woche einen Test. Aber morgen hätte ich Zeit. Morgen kann ich leider nicht. Aber dann viel Spaß beim Joggen. Hey, warte mal. Was machst du nächste Woche? Keine Zeit. Am Mittwoch habe ich nämlich Geburtstag. Ehrlich? Gibst du ne Party? Das weiß ich noch nicht. Du bist der Erste, den ich frage. Okay, ich komm gern. Okay, ich sag Bescheid. Okay. Tschüss. Ciao.